So, 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 Leute. Herzlich willkommen. Wir sind wieder bei Saboteur. Und ich möchte hier mitfahren. Danke. Also, mitfahren ist gut. Ich werde hier das Fahrzeug fahren. Alter, geh weg. So. 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 runter das spüre ich morgen auch noch das 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 Nein, nicht runter! Oh, fuck it. Na gut. Dann halt die, halt die Tür. Oh. Bäm, eyler! Oh! Check geil wie der da leant! Oh! 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 Ich muss diese Krauts abschütteln, bevor ich zu Santos zurückkehre. Ah! So! Auf ins Verstrickt! So! Oha! Oha! Oh! Oh, wieso rückelt das auf einmal so? Wuhu! Falsche Richtung! Oh! Oh! Juhu! Oh! Ja, ich kann mich erinnern, diese Waffe habe ich sehr gemocht. Hehehe... ...older... ... 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 Danke Für die Resistanz So, da kann man jetzt den fährigen Teil wieder Oh Oh, das hat's nicht gebracht Um die Sachen kümmere ich mich dann später mal Wenn ich die nötige Ausrüstung habe, dann geht's zur Sache Boah Ah, muy bien 1922, el primero Ein Glück, dass der deutsche Major keine Gelegenheit hatte, sie zu öffnen, na? Haben Sie das Zeug? Ich habe alles, was Sie bestellt haben hier Es heißt, Santos ist wie die Post Immer verlässlich Stimmt Cheers Warten Sie mal Ihre Sie haben doch nichts zu tun, oder? Ich hätte vielleicht Arbeit für jemanden wie Sie Sorry, bin im Urlaub Dann habe ich vielleicht was anderes, das Sie interessieren könnte Wenn Sie hier fertig sind, kommen Sie zu mir Ich wohne gleich gegenüber von Bell Negativ Dann runter zum Glück Ich habe die Medizin Oh Gott Die Wunde hat sich entzündet Ich bleibe, bis er über dem Berg ist Du kannst hier nicht bleiben Komm schon, ich bring dich zurück ins Bell Non Das wirst du nicht Veronique Ich passe doch nur auf dich auf So wie du auf Jules aufgepasst hast Das wird nicht nötig sein Oh 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 Wow 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 Schau uns das Tagebuch Na dann schauen wir uns mal das Tagebuch an Cool. Kimi und Korn, ja, Mädchen küssen. Na gut, damit möchte ich euch jetzt nicht langweilen. So, wir haben jetzt Salvatore und wir haben Vitore. Oh, Sprengstoff habe ich auch, Dynamite. Dynamite, Dynamite, Dynamite. Das ist, glaube ich, die Garage, oder? Oh, fuck. Und wo ist die Garage? Ich denke, wo muss ich die Garage sein? Irgendwo ist die Garage. Ich weiß es. Oh, ich, damit halte ich mich jetzt nicht auf. Kann man hier zur Karte gehen und was markieren? Das wäre extremst genial. Das ist die Karte. Sind euch hier alle hier? Ja, sehr schön. Das ist jetzt noch ein bisschen am Plötchen. Ich dachte, der Panzer geht dabei auch drauf. Okay. Big fail. Oh. Big, big fail. Big fail. Big fail. Oh shit, da ist ein Panzer, da ist ein Panzer, da ist ein Panzer. Oh, da ist eine Hochburg, da. Scheiße. Das habe ich vergessen. Das habe ich echt vergessen, da. Pfff. So. Oh. So war das nicht geplant, ich wollte das eigentlich so machen. Und so mache ich es auch. Vergünstigung freigeschaltet. Oha. Eher ein bisschen Blödsinn muss sein. Das ist geil. Oh. Und jetzt sind Kommen. Oh. 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 Oh, der Sinkommen ist nicht so leicht zieh ich gerade. Oh. Off. Oh yeah. So, und auf ins Versteck. Ach wisst was Leute, den Erfolg mach ich jetzt noch mit euch. Mit den zwei verbliebenen Spreng-Dynamid-Sätzen da. Die Temperatur auch schon. Hört sich niemal gut an. Ich mach das wieder gut, versprochen. Okay, ich glaube ich nehme ein neues Fahrzeug. Au revoir. Gut. 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 Ach KI. Zum Sprengen. Ja, da wären wir fündig. Ja, da wären wir fündig. Das ist komisch. Und wieder schon. Hehehe. Ich liebe es. Oh. 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 Aber da befinden wir uns am richtigen Weg. Ob da nicht auch? Ja da ist ja auch einer. Eine Panzer. Oder so halt irgendwie. Das war's für heute. Das wollte ich noch machen. So, jetzt rasen wir nur noch zum Ausgangspunkt, wo wir die nächste Mission machen werden. Und das war's dann von meiner Seite aus. Boah. Das leitet auch hier viel Blödsinn zu machen. Nicht die Story weiter zu machen, sondern einfach ein paar Gegnern in den Arsch zu treten. Ein bisschen aufzuräumen. Also eigentlich ganz so wie ein GTA. Es ist unbestritten ein GTA-Clone, aber ein ziemlich geiler, finde ich. Na gut, hier werden wir dann starten beim nächsten Mal. Jetzt packen wir noch schön ein. So, das war's von meiner Seite. Ich bin der Fanggamer. Das ist Saudi-Au. So schau ich aus. Ich bin Sean. Macht's das gut. Und bis dann und Ciao.